Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Need for Speed. Wir wollten der Folge ein kleines Rennen machen. Hier vorne ist noch mal so ein Donatding oder wie auch immer die heißen. Danke. Danke. Ähm, ja. Ah ja, uhen Sie ruhig alle rum hier. Genau, Donat. Eine Station. Hallo? Hallo? Nee, nee, nee. Ich mach den jetzt schön clear. Na gut, clear ist anders, aber... Er hätte sauberer sein können. Ah ja. Wir wollen uns ja mal nicht beschweren, ne? Wir wollen uns ja mal wieder... Wir wollen uns. Kassier überhaupt nicht helfen? Wir wollen uns so anschauen und ist der Atmosiert zurück. Wir wollen uns ja mal wieder wissen. Okay... Wir wollen uns gar nicht probieren, aber lasst uns was eben noch nicht zu wollen. Oh, was ist das? ich soll da jetzt schon wieder das sind für eine verarsche doch wir können doch noch anders fahren ich würde schon sagen also das andere ist wahrscheinlich einfach nur schneller aber naja wenn ich schon nicht richtig auf der fahrspur fahren kann dann kann ich wenigstens auch in der richtigen richtung bleiben dann halt eben nicht wenn wir jetzt erstmal die polizisten ist dafür fahre ich jetzt auch mal die andere spur man kann ja nicht einfach wenn nun kommt von der fahrbahn das war nicht mein ziel ja 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 ihr denkt ihr kriegt eure kohle also merken kurz vorher rüber ziehen mit dem fahrzeug schlechte idee so 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 noch mal aufrecht hinsetzen wie ist der in box ja shit der zieht mich immer so was von ab ich habe kein drehzahlmesser an daran könnte es vielleicht auch liegen weil ich nicht gesehen habe wie meine drehzahl war nach dem rennen da scheint was vom manueller gangwechsel drehzahlmesser gucken wir doch mal was die cover top kann hier ja 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 200 ist schon ordentliches themen pro ich glaube aber der schafft mehr das hat jetzt natürlich enorm gebremst ja 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 vielleicht taugt es ja irgendwann nochmal auf können wir es nochmal nutzen so 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 Biffkurve? Okay, die war schlecht. Diese Driftkurven habe ich auch noch nicht ganz raus. Ich glaube da lang. Oder? Nee, falsch. Da lang. Nein, aber ein bisschen Oslo. Polizei, aber wir wollen ja gesittet fahren. So, reich dann auch wieder mitgesittet fahren. So. Ja, die Parklücke vielleicht noch richtig treffen. Okay, da steht der, also ohne nach hinten zu schauen. Aha. Okay, leicht Schrott. Also, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Kommentar da. Abonniert gerne den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.